Arschloch! Schießendes Arschloch! Dann schieß es auf! Vielleicht passiert mir morgen dasselbe. Vielleicht kommt morgen für mich jemand, der Jünger ist und bin hier. Es wird Laserproteste geben? Glaube ich nicht. Ihre Leser sind zum Großteil schon tot. Sagst du bitte was los ist? Wo soll ich sein? Hattest du schon die Pension? Nein, nichts. Arbeit am Abend. Du hast bloß, bist du nicht Arbeizschloch, bist du meine Kampagne. Dreh gleich um in Fluchtechnung. Das ist eine Einbahn. Einsprung. Kannst du kommen? Du unterdrückst den Samenerguss. Hm. Du bist überhaupt nicht mehr richtig feucht. Da können sie die Spermien gar nicht richtig weiter bewegen. Weißt du was im Augenblick mit deinem Chef? Das ist ein Blutdringen-Raus-Schillen-Spitri bei der Mafia. Friede! 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 Friede!